Mein Name ist Frank Lubig und wir sind heute unterwegs, um mit meinen Mitarbeitern eine Wartung beim Juwelier Christ im Wertheim Village durchzuführen. Diese Wartung werden wir durchführen an einer haustechnischen Anlage, bestehend aus einer Klimawärmepumpe, einem Lossnähe-Lüftungsgerät und diversen Klimakassetten. Die Wartung werden wir durchführen nach dem aktuellen Stand der Technik und werden dort bestimmte Tätigkeiten im Bereich Hygiene und Elektro- sowie technischer Instandhaltung durchführen. Das Wertheim Village gehört zur Kollektion von neun Schick-Outlet-Shopping-Centern in Europa. Seit dem Frühsommer 2011 bietet auch der Juwelier Christ in seiner ersten Outlet-Boutique, neben Lifestyle und Luxusmarken aus dem Bereich Schmuck und Ohren, die eigene Kollektion auf rund 120 Quadratmetern an. Für Behaglichkeit sorgt hier seit kurzem eine neue VRF-Klimaanlage. Wir befinden uns jetzt am Außengerät. Im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme wurde die konventionelle Heiztechnik gegen eine Klimawärmepumpe ausgetauscht. Die Klimawärmepumpe besteht hier aus dem Außengerät, einem Mitsubishi VRF-Klimagerät und versorgt damit drei Thermoscreen-Türluftschleier, diverse Kassetten, über die die Luft im Raum konditioniert wird und diese Kassetten bedienen auch das Lossnähe. Das Lossnähe versorgt die Klimakassetten mit entsprechender Frischluft. Die ganze Anlage wird geregelt über ein AT50 aus dem Hause Mitsubishi, was hierbei eine zentrale Fernbedienung zulässt. Im Rahmen der Wartung führen wir die Dichtigkeitsprüfung durch und den Check entsprechend VDE 6022. Mit wenigen routinierten Handgriffen lassen sich alle erforderlichen Wartungsarbeiten, wie beispielsweise Funktions- und die Dichtheitsprüfung, von einem dafür entsprechend qualifizierten Kältefachhandwerker durchführen. Auch das Wärmeregister muss überprüft und gereinigt werden. Das Lossnähe Lüftungsgerät zeichnet sich neben der hohen Energieeffizienz durch sein für Wartungs- und Reinigungsarbeiten leicht zugängliches Gehäuse aus. Dafür weist die Konstruktion zahlreiche Merkmale auf, die einen leichten Zugriff auf alle Bauteile ermöglichen. Beispielsweise lassen sich mit wenigen Handgriffen die Kreuzstromwärmetauscher entfernen und die Filtereinsätze herausnehmen. Hier werden Wärmetauscher und Filter gereinigt. Der Austausch der Filter hängt im Wesentlichen von den Nutzungsbedingungen und dem Grad der Verschmutzung ab. Nach dem Ausbau können am Gerät alle luftführenden Teile problemlos erreicht, mit einem Tuch ausgewischt und anschließend desinfiziert werden. Auf Schaumstoffe im Inneren des Gehäuses wurde komplett verzichtet, sodass es keine Stellen gibt, an denen ein Keimboden entstehen könnte. Dies war eine Voraussetzung für die Hygiene-Zertifizierung nach VDI 6022. Die Vierwege-Deckenkassetten schaffen ein angenehmes Raumgefühl und zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Laufruhe aus. Zusätzlich zum zentralen Lüftungsgerät erfolgt hier eine weitere Luftfilterung über einen Filter, der einfach und schnell gereinigt oder ausgetauscht werden kann. Dazu werden die Oberflächen gereinigt und alle Staubpartikel entfernt. Sämtliche Bauteile, die mit der Umluft in Berührung kommen, werden desinfiziert sowie die elektrischen Anschlüsse überprüft. Anschließend wird der gereinigte oder ausgetauschte Filter wieder eingesetzt und die Klimakassette geschlossen. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt über eine Zentralfernbedienung. Ja, für uns als Christ steht natürlich jeden Tag im Fokus die Zufriedenheit unserer Kunden. Wir wollen glückliche Kunden haben, wir wollen zufriedene Kunden haben, die gerne in unsere Geschäfte kommen und auch möglichst lange bleiben. Dafür ist natürlich auch wichtig, dass wir ein tolles Klima haben und zu allen Jahreszeiten für den Kunden ein Wohlfühlgefühl hier schaffen können. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020